Das Restaurant zur steirischen Botschaft hat sich der kulinarischen Völkerverständigung verschrieben. Mitten im dritten Wiener Gemeindebezirk Landstraße kommen Freunde von steirischen Schmankern und heimischen Spitzenbeinen voll auf ihre Kosten. Und das weit abseits der grünen Mark. Im Jahr 2008 generalsaniert besteht das traditionsreiche Gasthaus schon seit über einem Vierteljahrhundert. Ironischerweise direkt im Wiener Botschaftsviertel. Gekocht wird nach überlieferten Rezepten aus der Steiermark und aus Wien. Bei Qualität und Frische der verarbeiteten Produkte wird ein strenger Maßstab angelegt. Man versteht sich als Bewahrer traditioneller Speisen aus Österreich. Eine besondere Attraktion des Hauses ist der Weinkeller. Hier werden in angenehmer Atmosphäre Weinverkostungen und Veranstaltungen wie Familienfeiern oder Hochzeiten abgehalten. Die steirischen Botschafter freuen sich auf ihren Besuch. Weitere Infos finden Sie auf www.steirische-botschaft.at Die Zeitung des Hauses wird Untertitelung des Hauses ist für eine gute,spartier-Francees Marketing und Veranstaltungen wie Hebrew-Phonosie. Dastitelung des Hauses ist für eine gute,spartier-France – für ein Schrank.